Mathematik und Sport, olympische Disziplinen im mathematischen Blick von Matthias Ludwig. Warum ist das Elfmeterschießen beim Fußball reine Nervensache? Weshalb wird in den Vorschriften zum Errichten eines Baseballspielfeldes der Satz des Pythagoras verwendet? Gibt es den perfekten Wurf beim Basketball und wie berechnet man die Punkte beim Zehnkampf? Mit diesen und weiteren Fragen schafft es der Autor auf heitere Art zu zeigen, dass Mathematik eine ganze Menge mit Sport zu tun hat, dass mathematisches Wissen für den erfolgreichen Sportler bzw. für seinen Trainer unentbehrlich ist. Und erfolgreiche Trainer wissen das längst und handeln danach. Mathematik und Sport, diese Kombination, erzeugt bei vielen oft nur ein Achselzucken. Nach der Lektüre dieses Buches wird es anders sein. Professor Matthias Ludwig ist Professor für Mathematik und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Mathematik und Sport, olympische Disziplinen im mathematischen Blick von Matthias Ludwig, erschienen im Viehweg und Teubner Verlag.